Vorsprung ist die Freude an der Herausforderung, die uns in den Genen liebt. Vorsprung ist der Mut, neues Denken umzusetzen. Die erfahrenen Steuerberater Manfred Strobl und Matthias Paul Weber gelten als Querdenker in ihrer Branche. Aus zahlreichen Prüfungen und Steuerfahndungen wissen Sie, wie schnell bei Unternehmerinnen und Unternehmern eine entscheidende Lebensveränderung eintreten kann. Und wie man ihr am besten begegnet. Erfolgreiche Steuerberater sind Menschenspezialisten. Souverän im Finanzamt oder mein schwerster Steuerfall sind Lehrgänge, die auf der ersten Klausuralm der Welt im österreichischen Grünau angeboten werden. Neu dabei ist eine wissenschaftliche Vorgehensweise, die Kybernetik. Manfred, was macht eigentlich ein Kybernetiker? Das fragen mich oft Freunde und Bekannte. Das Wort selbst kommt von Kybernetis. Das ist griechisch und bedeutet Steuermannskunst. Die Kunst eines Kybernetikers besteht darin, Dinge vorausschauend zu betrachten und somit Konflikte von vornherein auszuschließen. Aus jahrzehntelanger Erfahrung mit unseren Mandanten sind wir in erster Linie Beobachter. Beobachter von Menschen mit ihren Höhen und Tiefen oder wie man so schön sagt, in guten wie in schlechten Zeiten. Daraus ergeben sich oft Situationen, die kybernetisch klar und schnell zu analysieren sind. Um zur richtigen Zeit und am richtigen Ort neue und klare Strategien zu entwickeln. Diese interessante Theorie wird mit praktischen Übungen in der einzigartigen Natur rund um den Kasberg gefestigt. Die Kybernetiker Manfred Strobl und Matthias Paul Weber vermitteln in ihren Seminaren ein praxisnahes Wissen und Führungsfähigkeiten für den Beruf und fürs Leben. Garantiert ist ein Wissensvorsprung, den alle Teilnehmer mit nach Hause nehmen. Das Steuern ist wichtiger als die Steuern. Nach diesem Motto können zukünftige Herausforderungen erfolgreich umgesetzt werden. Aktiv S Die Kybernetiker Die Kybernetiker Folk Vibring S Vielen Dank.